Ja, hallo, herzlich willkommen auf dem Stand von Peter Kaiser auf der MECAM. Mein Name ist Jörg Winsheimer, ich bin der Vertriebsleiter der Firma Peter Kaiser und wollte euch heute ein neues Produkt vorstellen. Wir sind ja seit einigen Saisonen sehr erfolgreich mit unseren Sneakern unterwegs. Wir haben jetzt hier eine neue Kooperation mit der Firma Gore zusammen gemacht und bieten hier erstmals einen Sneaker mit Gore-Tex an. Sprich, der Sneaker ist atmungsaktiv, wasserdicht, erfüllt also alle Voraussetzungen für die Outdoor-Aktivitäten. Wie gesagt, es ist einer unserer neuesten Sneaker-Modelle, die wir jetzt direkt auch mit Gore ausgestattet haben. Wir haben hier so ein bisschen Messmaterial mit am Start, ein gutes Profil, das heißt, den kann man also wirklich auch im Schnee anziehen mit Reißverstoß, man kommt leicht rein und ist, wie gesagt, eine ganz neue Geschichte, die wir jetzt hier am Start haben, erstmals zu MECAM. Kommt auch sehr gut an, ist mal ein bisschen was anderes. Ja, kann ich also wirklich jedem nur empfehlen. Da sind wir sehr stolz drauf, hier zusammen mit Gore so ein neues Produkt an den Start zu bringen.